So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind gerade auf dem Weg zu diesem hübschen kleinen, äh, ähm, Helikopter. So, und wir werden jetzt zurückfliegen. So ist der Plan. Ich weiß nicht, ob wir einfach wieder abgeschossen werden von dieser dummen Unität. Hey, Leute, Entschuldigung. Ich brauche wieder ein Helikopter. Ich mach das, ich fliege. Gut, also die Frage ist, wie wir es machen. Also, hier sind, ähm, Anti-Air-Guns, hier sind Anti-Air, hier sind Anti-Air. Hm. Okay, ich, ähm, werde einfach sehr, sehr tief fliegen. Weil an sich, ähm, an sich hier funktionieren ja die, ähm, die Anti-Luft-Raketen mit Radar. Genau, super. Und, äh, die sind, ähm, die können das nur ab einer gewissen Höhe, glaube ich. Also, soweit ich, äh, mich erinnern kann aus, ähm, so tollen, äh, Filmen und, äh, Dokus und so weiter. Äh, warte mal. Äh, wir... Wohin fliegen wir? Wir wissen von einem Depot, das den Überland-Schmuggel durch Koani koordiniert. Sie müssen dort eindringen und Kopien der Terminpläne und Schmuggelrouten beschaffen. Wir sind alarmiert. Tja. Mist, aufgeflogen. Hehe, aufgeflogen werden wir hochfliegen. Hehe. Entschuldigung. Wieso, wieso sind wir jetzt nach da geflogen? Weil ich ja voll plane auf K. Gut, ähm, auf jeden Fall werden wir uns jetzt... Nee, äh, das Depot noch nicht. Äh, sondern erstmal hier finden sie, ähm, Carlos Guellen ohne Entdeck zu nehmen. Die Kontonummer, die wir in Media erhalten haben, hat die Identität. Identität. Ähm, preisgegebenen Carlos und Hanos Guero. Äh, auch bekannt als die Leichenbestatter. Machen sie die Leichenbestatter auffällig und finden sie heraus, was sie über Reed wissen. Ja, wobei dann... Dann doch... Wir wissen von einem Depot, das den Überland-Schmuggel durch Koani koordiniert. Sie müssen dort eindringen und Kopien der Terminpläne und Schmuggelrouten beschaffen. Willst du den auch mal hängen? Hast du ja nicht? So, ich bin mal super gespannt, wie schwer das ist. Also, ähm, ein Depot zu betreten ohne Entdeckt zu werden. So heißt es ja, wir, wir müssen die, ähm, also ohne zu töten? Ja, wahrscheinlich ohne Alarm, äh, Alarm machen. So, ich bin so gespannt, ob wir das da auf Anhieb schaffen. Entschuldigung, zu jungen Leute. Öffne ich mir leid. So. Ich bin mega gespannt. An ihm wie, wie gut das, ähm, geschützt ist. Sieht schon mal ganz, ganz nett aus. Hä, da ist doch einer. Da, der da. Also, dann wirklich komplett, ähm. Das ist so, das ist nur so einer. Ja. Aber, ich konnte nicht mehr. Und, wenn ich nicht mehr verletze, der da ist, äh, aber wenn du nicht mehr weißt, dann kann ich nicht mehr, was dass du nicht mehr verletzt hast. Das ist, wenn du nicht mehr, wirst du nicht mehr, du nicht mehr, wirst du nicht mehr anwärtsstille. Und du nehmst musst dich, Hm... Feind markiert. Okay, mehr bekommen wir gerade nicht. Okay, ich mach' erstmal diesen da aus. Der Alarm ist da aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. so auf die straße und irgendwelche laster oder so ist das ein fahrzeug vom kartel ich versuche es einfach mal los geht's näher uns im truck depot denkt daran santa blanca darf nicht erfahren dass wir hier sind es ist stark bewacht wir müssen uns etwas einfallen lassen an den wachen vorbeizukommen ok wir haben ein sicario mit mp beim helipad da ja praktisch dass der gerade hier kommt ich bin gleich bei dir ok wenn wir glück haben lassen sie uns einfach so durch klar wir haben es mit kanonen und akzent ist doch voll unauffällig von wegen mein akzent ist perfekt wir sind echt ein arsch wir sind cool wir sind Vielen Dank. Wir fahren mal komplett rein. Ich hole mal wieder die Drohne aus. Markiere einen Hauptmann. Ich verstecke mich hier. Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Nein. Irgendwo hier sollen anscheinend die... ...die Dokumente sollen... ...die Dokumente sollen... Hier geht's... Ja, hier geht's nur zum Ding. Hier geht's nochmal rein. Ah, wow. Bleib stehen bevor sie dich sehen. Ach, ich glaube ich hab's. Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Danach haben wir gesucht. Ja, hier geht's. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus hier. Gut. Dann verziehen wir uns mal wieder. Da war sogar einer. Ha, 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 ha. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir ein Stück einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Das war eine sehr coole Quest. Ah, schön. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drinnen. Hier Bowman. Ich habe einen Auftrag für Sie. Und zwar? Die Daten aus dem Truck Depot haben sich als Volltreffer erwiesen. Lieferpläne, Konvoi-Routen, das volle Programm. Laut Plan steht wieder ein Konvoi vor der Abfahrt. Ein großer. Wir reden von über vier Tonnen Stoff, der in den Trucks versteckt ist. Ich schicke Ihnen die Daten. Ziehen Sie ihn aus dem Verkehr. Verstanden, geht los. Vier Tonnen? So, Santa Blanca bereitet sich auf eine große Drogelieferung an Kunden jenseits der brasilianischen Grenzen vor. Dank der Aufzeichnung, die wir von Truck Depot in Coani haben, kennen wir die genaue Route und so weiter und so fort. Und wir sollen sie zerstören, ne? Wir haben von einer großen Kokain-Lieferung für Brasilien erfahren. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi niemals die Grenze erreicht. Tja, das blöde ist, ähm... Das ist so'n, so'n, so'n... Das ist so'n, 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 so'n... ...und da wird ja bewacht, ne? So'n... Das ist so'n, 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 so'n... Sie sind so'n, 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 so'n... Oh. Hey, wir haben... Hey, wir haben... Hey! euch einen Helikopter dagelassen. Nutzen sie Ablenkungsköder um Feinde in den... Achso. So. Dann wollen wir mal. Begleitfahrzeug wurde zerstört. Jetzt sind sie wach. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Also ist kein Leutnant. Hier sind die Brüder. Warten wir alle. Oh scheiße, wir wurden entdeckt. Konvoi zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Begleitfahrzeug zerstört. Schön. Das ist ein cooler. So. Dann. Aber auch wieder ohne entdeckt zu werden. Vier Tonnen Kokain haben wir jetzt so glatt gemacht. Das ist doch mal eine Ansage. Ohne entdeckt zu werden. das ist ein bisschen einfach, oder? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. Nice. Das ist ein Unitant Vogel. Aufpassen. Heli, runter, runter. Ein Hotel, das vollständig aus Salzstein gebaut wurde. Och. Das ist ja interessant. Krass. Cool. Hübsch. 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 Woh. Hübsch. 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 ok ich sehe carlos der typ da ist nicht dein ernst meine zwölfjährige tochter könnte den typen verprügeln verschrecken wir ihn nicht wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem bruder führen ich war das motorrad weg hier wir treffen uns da hey alles grün ja ich glaube wirklich aber auch clever ein motorrad einfach so einfach so auf der straße stehen zu da hallo wenn es da Was ist da denn explodiert? Eine Antombombe Gott Okay, los geht's Ist das Hernando? Ich glaube Diese Typen sind die beschissenen Leichenbestatter Vor denen die Einwohner Schiss haben Und jetzt? Wir schnappen Hernando und fragen ihn, wo sich Reed versteckt Was ist mit Carlos? Scheiß auf ihn Er ist jetzt nur im Weg Wir brauchen nur Hernando Verstanden Okay Was? Die Mädchen? Ich weiß nicht, Carnalito Da kann ich ho Äh Es wäre Netta Das ist keine Bar In der du Tropfen in ihren Drink gibst Was ist wenn eine Loschreise die Mama weckt? Sinds echt Zwillinge? Netta, wey, porke luego du Alter, was für Eine kranke Ärsche Die Drohne ist oben Das macht fünf Scharfschütze am Tor Ziel gesichtet Wollte gerade sagen So Das schreit nach Scharfschützen da oben Ich sehe jetzt ihn Ach, da ist ein Konvoi, oder? Ja Okay Und Wenn schon Auf die Ziele achten Da sind überall Zivilisten Ach so So Dokument erhalten Ähm Inti Ferro Varia Ein Dorfbewohner, der in einer Lithiummine arbeitet Äh Ist vor ein paar Wochen verschwunden Seine Familie vermutet, dass er von einem Menschenhändlerring In der Region entführt wurde Ähm Der von den Einwohnern Die Leichenbestatter genannt worden wird Okay Kann sehr gut sein Ja, in der Tat Mhm, mhm, mhm Gibt's hier eigentlich Alarm? Ich glaub nicht Da ist einer mit Maschinenpistolen Ich hab ein Ziel mit Maschinenpistolen Ich kann den ja nicht Mitten im Äh Telefonat Erschießen und denken Und Äh Erwarten, dass Keiner kommt Bist du fertig? Das war knapp Ja Oh Oh Das war knapp Wie die mich einfach nicht sehen Schon irgendwie Bisschen amüsant Alles okay Alles okay Hohohoho Ich muss jetzt erwarten, dass der zweite wieder hierher kommt Okay Hey, es ist alles gut Ein Unidatvogel Aufpassen So Ich will mal kurz schauen, ob der da vorne der einzige ist Das sieht so aus Das sieht so aus Da ist noch einer Okay Gut, dann haben wir alle Und dann geht's Okay Wer sind aber? Wer sind aber? Oh. Ich geh mit dir mal auf klug. Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind sie? Wo ist Reed? Wer? Ich hab keine Ahnung wer das ist. Verarsch mich nicht, Hernando. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Suenyo erfährt alles über dich und deinen kleinen Menschenhändler-Ring. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zahlt seine Fresse nur, wenn es ne Lieferung oder ein Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich geb ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld, das war's. Her mit dem Code. Dann sag mir, wo die Landebahn ist. Bowman, wir haben die Guerrero Brüder. Haben Sie Ärger gemacht? Raten Sie mal. Ha. Also, was haben Sie? Ein Code, um Reed auf ein Flugfeld zu locken. Wenn er auftaucht, erwarten wir ihn. Großartig. Schnappen Sie ihn. Wie nice. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Das ist geil. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle und schalten wir ihn aus. Hat sie nicht gesagt. Ja, Tuchensohn gesagt. Oh ja. Äh. Ja. Bin ich voll d'accord mit. Ich meine Menschenhandel. Alter, das ist... Das geht so über, 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 überhaupt nicht. Äh. Ich hab hier keinen Helikopter nicht. Stimmt. Ich bin hier mit... Was hast du denn? Wir haben viele Blгов. Ich bin hier mit ihm. Es ist so ein Kerner. Schnappen. 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 Stimmt. Schnappen. Ich bin so ein kleines altes Motorrad. So lustig. Ich glaube, das hier macht nur Spaß, wenn man als erstes fährt. Weil da hinten haben ja alle dann so Salzkörner im Gesicht. Und ich fahr schon wieder eine halbe Stunde lang. Diese Quest machen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal gewesen. Macht's gut, bye-bye. Bis zum nächsten Mal.